Hey Leute, heute zeige ich euch die beste Übung für den Bizeps, dass ihr auch so einen krassen Bizeps bekommt, wie ich. Als erstes geht ihr in die Grundposition, lehnt euch ein bisschen zurück, dass der Bizeps schön angespannt ist. Leute, wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Bizeps angespannt und in die Übung! Malessa, wie heißt diese Übung? Einfach mal los.